Seit dem vergangenen Sonntag wird die zwölfjährige Paige E. aus Hannover vermisst. Das Mädchen hat am Abend die Wohnung im Görlitzer Hof in Mittelfeld verlassen und ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Paige wollte bei einer Freundin übernachten. Noch am Montag hat das Mädchen über Facebook mit Bekannten gechattet. Die zwölfjährige ist 1,62 m groß, dunkelhäutig, schlank und hat kurze, krause Haare. Manchmal trägt sie auch eine Perücke. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Süd zu melden.